Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Last of Us. Ellie wurde festgenommen von den Kannibalen und soll in Stückchen gehackt werden. Also ich mag hier Gulasch, aber wenn Rindergulasch. Und Joel ist gerade aufgewacht. Ich weiß nicht, wie viele Wochen und Monate er da gelegen hat. Hat die Medizin und Versorgung scheinen was gebracht zu haben. Und jetzt müssen wir Ellie retten. Ganz fit ist er noch nicht, aber wir müssen es schaffen. Verdammt, wo bist du? Dann erstmal alles einsammeln. Da muss ich erstmal wieder dran gewöhnen, zu looten und zu craften. Aber sowas verlernt man natürlich nicht. Ne, da gehen wir noch nicht raus. Na, da kommt wieder ein Pfad. Der Rentner kommt in Pfad. Na, da können wir auch raus. Okay. Wahrscheinlich abgeschlossen. Ne, geht sogar raus. Was weiß ich gar nicht. Gehe ich durch die Garage, oder? Oh, ist gar keiner da. Ellie hat alle abgemurkst. Aber ich glaube, wir werden nicht lange allein bleiben. Ja, schrei noch lauter. Ich glaube, wir werden auch gar nicht mitbekommen, dass da irgendwelche Leute waren. Oh, 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 oh. Ja, zeig den Köpfchen. Komm, Köpfchen in die Höhe. Ja. Das höre ich auch gar nicht. Oh ja, das bin ich. Jo. Ja, überlebt es einfach. Ah, komm. Da kann man nicht durch Holz schießen. Das konnte man schon bei Cold of Duty 4 damals. Wo ist er denn? Gucken wir mal ein bisschen näher ran. Flammenwerfer habe ich noch nicht so überzeugt von. Ich glaube, es ist irgendwas für Infizierte, habe ich das Gefühl. Ich wette, für 100 Euro ergreife ich mich jetzt hier direkt an, wenn ich hier durchgehe, oder? Ne. Hä? Oh, okay, doch nicht. Äh. Oh. 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 Kratos-Ax nehmen wir mal mit. Soll das ein Easter Egg sein, so ein bisschen? Ich weiß gleich, ob das in der alten Version auch da war. Stehne nach da. Die mag ich. Shorty ist gut. Also wenn das Shorty war. Ah, Leute, ihr könnt mehr. Das ist ziemlich enttäuschend. Kein Nahkampfangriff von denen. Hättest du wohl gerne. Was mir warst du keine Rouladen. Du bleibst hier. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Ja. Fuck. Jetzt zieh mich an. Sie her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Ah. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt. Ja. Oh. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frakel doch. Na los. Ich lege nicht. Alles in Afghanistan geleert. Der ist auf seinem Rachefeldzug. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein. Boah. Mach schon auf. Na los, komm. Hör auf damit. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich. Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an. Ich mach das Spiel mal mit. Näh. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Wir haben das overpowered. Wir haben einfach Hunger. Du bist nicht. Du, wenn du hungrig bist. Scheiße. Ich brauch ne Waffe. Ich brauch ne Waffe. Ich brauch ne Waffe. Wie witzig, dass sie auch glauben, dass das echt ne Bisswunde ist. Das könnte ja auch alles andere sein. Schnell raus hier. Habst du keine Ahnung wohin? Immer den Lichtern nach. Aber dass die Ebi drauf kommen, dass die Bisswunde von infizierten ist. Das könnte ja auch vom Wolf sein oder was weiß ich. Oder das bestimmte Merkmale, wenn man von infizierten gebissen wurde. Das sah schon so ein bisschen pilzig aus. Oh, wo ist der denn? Der ist aber nah dran. Ist sie da? Sie ist nicht die Löwen. Gottesdienst fängt auch an. Ich seh gar keinen so richtig. Ah, da ist einer. Okay. Gehen wir mal hier rein. Auch nichts. Ich stelle hier drunter her. Keine Ahnung wohin. Ciao. Äh. Ja, hier lang. Weiß auch nicht wohin, ne? Oh, Waffe. Geil. Nehmen wir mit. Ja, lad noch nach. Lass mich los. Wir sind doch echt so ein kleiner Cherry, ja, ey. Nehmen wir dich auch einen Hass auf uns. Okay, wohin, wohin, wohin? Hier sieht's richtig aus. Also, glaube ich. Da sieht's gut aus. Was ist hier? Ah, ja. Huh. Backstein. Dein bester Freund in der Not. Was ist denn für eine alte Kaschemme? Taschenlampe am besten aus. Auch gemütlich. Oh, wir wollen hier nicht länger bleiben. Ja, der David, ey. Yeah, bitch. Oh, nee. Oh, ich muss mich mal eben heilen. Ah, das muss dann immer von hinten kriegen, ne? Und der ist richtig hellhörig. Ach so, man darf nicht über dieses scheiß Geschirr gehen, ne? Ich bin jetzt schon wieder irgendwo durchgetreten. Ja, eher. Vielleicht muss ich mal woanders hinlocken. Ja, vielleicht nehme ich mal mit. Ja. Guck mal hin. Messer, Messer, Messer. Bestimmt dreimal treffen. Das war gut, Kleine. Das kommt in Ordnung. Gut, er ist schneller. Boah. Wer bist du hier? Boah. Huh. Huh. Wo ist er? Alter! Er übertreibt komplett. Ja, ist ja gut. Wo ist er? Ja, wie lange... Wie lange sieht er mich denn? Scheiße! Scheiße! Hey, irgendwie komme ich von denen nicht weg. Der ist ja super hartnäckig. Ja, Bruder! Man, spann mich mal. Ja. Wie schnell er einfach ist. Ja, Bruder, ey. Jetzt mal ernsthaft. Wo soll ich denn hin? Ich spür mich ja noch in 20 Metern auf. So, jetzt... Ah, ich dürfte mich... Ah, jetzt... Boah. Jetzt ist es zu spät. Also der... Sehr schnell ist UCL Bolt. Komm, 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 komm. Ah! Wo ist der Typ? Wo ist er? Ja. Es reicht jetzt endlich. Ups. Oh. Ha. So, jetzt komm. Nein, das bist du nicht. Ja, 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 ja. Nimm das. Ja. Uh, also der war... Der war echt hartnäckig und anhänglich. Meine Güte. Komm, Joel, finde sie. Jetzt ist doch noch safe irgendwie was. Man kann noch was bauen. Wir sollten den Unterschlupf beschützen. Eine infizierte rennt in der Stadt rum und vier bewachen den Ausgang. Hey, die Kleine ist tödlich, denn wir wissen nicht, wo die Austausch sind. Wir müssen einfach wachsam bleiben. Oh, hat's einer gesehen? Los, ausschwärmen! Jetzt ein Molly. Damit den schön warm wird. Nur einer. Ja, lass ihn auch noch mal kommen. Dann will er hin. Aua! Okay, clever von ihm. Ich hab auch nichts gehört. Pumgern, hab ich nicht mehr viel. Wo ist Ellie? Gib mir Ellie zurück. Wir können dich nicht aufhalten. Ja. Joel Unchained. Kommt her. Über den Feuern nach. Ja, hier rein. Wie er auszieht einfach. Joel Rambo. Joel Rambo. Okay, sie kann nicht weit weg sein. Schon ein paar Tonnen Menschenfleisch haben die schon verzehrt. Wie das wohl schmeckt. Wenn du Hunger hast, ne? So schlecht wird's schon nicht sein. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Bei Tönnies gibt's auch nichts Besseres. Oh, scheiße. Ellie. Oh, scheiße. Ellie. Wir brauchen das Messer. Oder die Machete. Komm schon. Schneller. Boah. Wir geben nicht auf. Wir machen weiter. Komm schon, Ellie. Du hast es fast. Dieser Drecksack. Du wirst noch sehen. Du kleiner Wichser. Boah. Boah. Bist du. Ellie. Hör auf. Hör auf. Fass mich nicht an. Ist okay. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Hier. Hier. Ich bin's. Er wollte mich. Ich weiß. Okay, klar. Es ist okay. 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 Frühling Wow, schönes Wetter. Neue Klamotten. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Okay, Rallye ist wohl noch ein bisschen bedröppelt oder muss das Ganze erstmal verarbeiten. Joel ist aber frohen Mutes auf jeden Fall. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.